Wichtig ist für mich beim Thema Bildung das Thema Bibliothek, weil es ein Ort sein soll, wo wir uns wohlfühlen und dann mal abschalten können, dass die schön gestaltet sind, weiß, kreativ, bunt, dass wir uns wohlfühlen. Es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich bringe mit, dass wir da so viel gelernt haben. Ich habe so viele tolle neue Kinder kennengelernt. Ich hatte die Möglichkeit, die Politiker kennenzulernen und auch mal sehen, wer da einfach ist, die Leute. Das ist auch spannend. Das war wirklich sehr, sehr toll. Man konnte seine eigene Meinung da bilden. Man konnte eigene Eindrücke da machen. Dieser Kinderlandtag sehr, sehr wichtig war und wir freuen uns auch nächstes Jahr einen neuen Kinderlandtag zu machen, um wieder neue Kinder mit ins Boot zu holen und neue Meinungen und Ideen zum Ausdruck zu bringen. Es war eine sehr schöne und tolle Erfahrung, weil wir konnten mit den Politikern sprechen und wir konnten sehen, wo sich die Regeln der Stadt sagen und wir konnten auch den Sitzsaal des Landtags sehen. Es war auch schön, weil wir konnten mit den Kindern von verschiedenen Schulen in der ganzen Südtirol kennenlernen. Die Ergebnisse, die wir heute vorstellen durften vom Kinderlandtag 2019, sind ganz vielfältig. Sie beziehen sich auf sieben Kinderrechte und Schwerpunkte waren für die Kinder sicherlich das Recht auf Bildung und auch das Recht auf Schutz vor Diskriminierung. Und sicherlich war auch ein Schwerpunkt das Thema Nachhaltigkeit, wo den Kindern sehr wichtig war, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, Müll zu trennen und auf unsere Umwelt gut zu schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017